Meine Damen und Herren, heute ist der 11. September. Tja, in Leipzig geht leider heute die Welt unter. Das ist die letzte Zigarette an diesem Abend, bevor wir untergehen werden. Heute Abend, es ist fast 2012, heute Abend passiert genau das, wovon viele Menschen geträumt haben letzte Nacht. Die Vögel flüchten, die Tiere sind animalisch. Liebe Freunde, wir befinden uns hier an der Arndstraße. Der Wind zieht an uns vorbei. Ihr hört langsam schon die Geräusche von den ganzen schreienden Menschen. Das ist Wahnsinn, was hier ist, ist gleich passiert. Hier kommt gleich der Regen, das ist Wahnsinn. Wirklich, die Buchse flattert. Oh mein Gott, wir werden gleich so was von nass werden. Die Fenster sind alle geschlossen. Jetzt merkt man schon, wie es langsam kalt wird. Die Gänsehaut kommt, die Gänsehaut kommt. Eis, Eis vor Gerüter. Hier blitzt das auch schon. Das blitzt schon. Jetzt fängt es an zu blitzen. Richtig schön, es ist schön. Also wir können ja auch, der Regen kommt einfach mal mit. Komm einfach mal mit. Der Regen kommt. Komm einfach mal mit. Der Regen kommt. Es kommt der Regen und dann werden wir alle nass werden. Wir werden alle nass werden. Ich lasse die Scheinchen zusammen. Ich lasse die Scheinchen zusammen. Das Ende der Welt naht. Oh, okay, ich krieg Trocken ab. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020